Ja, ich würde sagen, neuer Tag, neues Glück, neues Rennen. Mario hat mir geantwortet. Echt? Was hat er dann geantwortet? Okay, wenn ich mir die Grafik davon angucke und dann dir ans Gesicht gucke, dann weiß ich, warum das eine Auge so zittert. Ich kann es dann jetzt verstehen. Boah, ein blöder Arsch. Was für ein blöder Arsch. Willst du was antworten? Nein. Mir fällt darauf nichts mehr ein. Das... So. Ich möchte hier hingehen. Vergiss nicht die KI, ne? Nein, die ist schon drin. HOLDYWOOD! Ne, oder das, oder das, diese Kanal. Entweder das oder der Kanal hier. Spreer weiter. Drei weiter. Weiß ich nicht. Ne, warte mal, hier ist doch KI, ist da drin. Jo. So, Hollywood heißt es jetzt. Wehe, die Strecke ist scheiße. Puh. Na gut, die Kurven sind schön lang. Naja. Bis auf die goldene Mitte halt. Ja, aber in der Mitte ist es ziemlich enge, aber... Sonst geht's. Besser als die anderen Karten. Hier gibt's auch, hier unten, die Edelstelle. Oh nein, es gibt wieder was in der Mitte. Was? Was soll's denn in der Mitte geben? Oh, schade. Hahaha. Hahaha. Didier ist es scheiße. Oh nein. Das war's für heute. Nein! Da kann man ja rausfahren. Das ist geil. Das wusste ich ja gar nicht. Fickt euch. Fickt euch hart. Na? Man, an Dorn falle ich hier raus. Ey, du bist der Dritte, Alter. Vielleicht machst du dich wieder hinter? So weit vorne bist du gar nicht. Das war nicht reagiert. Okay. Einmal der Kugel ins Gesicht gucken. Was ist das denn für ein Pisser, Alter? Oh. Oh. Nein, nicht NEIN! Jedes Mal dasselbe! Du musst lenken! Wer lenkt, verliert! Aua! Wer lenkt, verliert! Eher umgekehrt! Aua! Machst du das? Nö! Aber das hier bin ich! Oh! Nee, nicht getroffen! Ah, schon wieder dieser Blitz! Ich hab's gesehen, wie er ein Ei gesammelt hat, der Penner! Ah, ich bin nur noch 5 da! Aua! Ja, zerstör' mich! Blöder Arsch! Ja, ich zerstör' mich auch! Was?! Haha, daneben! Und ich bin demoliert! Hm! Dafür übernehme ich jetzt die Führung! Aua! Ah! Alter, bist ja von mir! Ja! Na endlich! Muss ja auch sein! Aua! Arsch, Alter! Ah! Ich flieg gleich hinterher! Ich fliege gleich hinterher. Hi Lenny. Nee, tut mir leid. Warum nicht? Arsch. Ja, da bist du zweiter. Oh, komm, Alter. Ja, zweiter. Ja, ha, ha, ha. Wenn es das einmal besser gewesen ist als Lenny. Ich dachte, das passiert schon gar nicht mehr. Ja, schönes Rennen. Was, am ungenausten? Ich habe nur 6% getroffen von dem, was ich schießt, geschossen habe. Ey. Sehr. Nimm mal die Runde. Boah, über die Fahrzeuge erzählen, weil ich... Oh Gott, ey. Was ist denn los? Müht? Kaputt? Ich mache mir Gedanken, wie ich das mit meinem Mainboard löse. Ja, gut. Das ist jetzt... Das ist ein bisschen scheiße. Shit hätten sie... Ich rufe da nächste Woche mal an. Kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit aus Spielen rausfliege. Bei einem Gaming... Äh... Ja, na, Mainboard. Ja, habe ich jemanden getroffen? Nee, das war ich. Und? Ah, Alter! Hast du mich jetzt gerade echt rausgeschmissen? Das war geil! Danke, dass du da warst. Dieser Arsch! Danke, dass du da warst. Oh mein Gott, Alter! Wo bist du schon wieder? Ich sehe nicht kaum. Ja, weit vorne. Nein, nicht schon wieder! Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Ich habe leider jetzt an Geschwindigkeit verloren. Oh Mann, ey. Ah! Der Penner! Ah! Oh Mann! Ah Mann! Lenke, ja, nein, voll reingefahren, na, klar, gleich zweimal hintereinander, ach, man, na, ja, klar, Freunde, piss dich, du Arsch, spiel ich halt Rabiata hier, das ist mir ruhig, treffer, oh, wieder, ey, voll die Mine vor die Fresse gesetzt, was ist denn los da hinten, müssen wir ein paar Leute vorbeischicken, ich hab hier den vierten, der lässt mich nicht vorbei, meine Karre qualmt und fällt auseinander, also du siehst schlecht aus für die Runde für dich, ne, oh, was ist denn das, der Zaun, der bremst der Böse, nicht, 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 nein, ich bin wieder raus, und warum, jetzt brenne ich, freu dich, ey, wie jetzt, bist du meine Mine gefahren, ja, ja, gut, also, wie gesagt, die Runde war nicht so mein Ding, ah, ich bin froh, wenn ich vierter werde, ja, gut, vierter, naja, ich hab das Beste noch gerettet, was konnte, ja, und da ist es schon wieder Zeit, das dem Paar zu wenden, leider, und ich würde sagen, schaltet wieder ein, ich bin der Beste, Meister Autosgeräne, ha, ohne zu verrecken, ohne zu frecken, du und der Beste in einem Satz, ja, ja, aber ich bin der Beste im Abflug, quasi unmöglich, oh, das war gemein, so, also, ich wünsche euch was, schaltet wieder ein, bei Blö, Jo.